herzlich willkommen zum nächsten video hier auf meinem kanal felixgamer wollte ich mir mal mit zwei leuten und box vvp und die können auch reden ja so nix gesagt habt wie viele runden habt ihr eigentlich soll zum gespürt ich habe so ein 10 35 ich hab nicht gestoppt ab ich habe jetzt hier eine tapel ist nicht gefühlt hat ja alles klar auto gegen ihn ist man weiter top felix fragt wieso ich eigentlich jetzt feiern ich dachte auch so ich hab so ich hab nie ich dachte so ein er habe ich ja noch nie habe ich nicht als freund gehabt was wenn ich das video von 2020 silvester das ist das geilste was es gibt es gibt einen trick wie man die wie man double pump spielen kann ich kann ein trick wenn man zwei pfanzer kann man ja auch kann man ja nicht mehr double pfanzer ist gegangen aber ich kann einen trick wie man damit machen kann ja ich genau ja den trick mache ich jetzt gleich wenn ich ein von euch mal gegen einen double pump machen warte ich nehme kurz eine pfanzer warte 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 stopp nix lang ja oh warte ok nein einfach nur die ganze zeit pfanzer wechseln ja das ist so krass da habe ich keine chance felix also ich bin eigentlich ich dachte auch wieso das mut nicht mehr und so wieso dann hinten look weil ich ihn echt lukas heiße und deswegen habe ich einen schlug genannt wollte ich mich nicht mehr passen boah das war nicht gar nicht leichter ich bin so lust was macht ihr da ist doch kein richtiger kampf ja ich bin auch schon eingespielt aber ja nicht und aber egal ich hab heute so in zehn runden erfüllt fünf hunden gespielt mein video verkack ich immer den epischen aber dann aber immer wenn ich kein video mache dann mache ich immer keine wissen wenn ich kein video machen mache ich nicht wenn ich ein video mache hole ich keine wissen dafür sind mir ich und der andere ja da okay es sieht so aus als das gibt es einen trick nein ich hab zur falschen seite gewechselt sonst hätte ich jetzt noch diesen rasiert ja ja hast du du hast bestimmt nicht den rasiert ich rasier euch jetzt beide ich rasier euch jetzt beide kommt teamt mal gegen mich teamt mal gegen mich mal gucken wer dann gewinnt wenn ihr beide gegen mich teamt gut machen teamt gegen snowmanbro ja ja es war böse ey äh der hat nur 60 hp weiß ich weiß nicht der hat jetzt 100 der hat jetzt 150 da oben jetzt hat er 117 jetzt hat er 117 ah ja ich wollte ihm komplett seine ehre nehmen ach ey ich muss jetzt aufholen ey komm teamt nochmal das ist gut das ist lustig ihr hattet grad nur glück ihr hattet grad nur glück in der matrix in der matrix sie hat grad nur glück ok gegen mich kann niemand gewinnen aha wenn zwei team gewinne ich ich hab ihm gute hits gegeben ich hab ihm gute hits gegeben erhielt sich das kauf gleich komm schon Lukas ihn holst du easy der hat nur 118 hp dieser das muss nicht gut zu nett sein muss ihm nur einen schönen pappen holst du komm Felix AR er nimmt AR Felix erhielt sich Felix erhielt sich und der ist halt ja guck das hat dich nochmal 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 ich führe jetzt wieder ich bin erster wieder ok ja jetzt machen wir nochmal Shia Luke und und Luca gegen Felix ja YouTube Felix ja noch geht ja meine Waffe wechselt nicht so aus hallo ich hab 200 hp 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 Weißt du, wie du mich damit abfuckst? Da sind sie hier gerade am Jamann-Fight. Was? Eine Hälfte! Ja! Das war ein schöner Hälfte! Ich habe erst mal gewartet, bis ich deinen Kopf getroffen habe. Als ich auf deinen Kopf gezielt habe. Du hast nichts gezeigt, damit ich da bin. Ja, ich habe falsch initiiert. Ich dachte so, was macht der denn da? Ich stürte mich ein. Nee, ich dachte vorher. Oh, Digga. Ich verkack die ganze Zeit die Edits endlich. Ich weiß, was wir als einziges Unbox-Fight haste, dass man begrenzt nichts hat. Was für einen Ping hast du eigentlich? Was für einen Ping hast du? Sag ich nicht. Sag mal, was für einen Ping hast du? Ich habe einen Nuller-Ping. Ich sehe das nicht bei dir. Du hast 10 AP! Für die finale Runde. Nein! Ich habe auf dich gezielt, aber schneller geschlagen. Ich habe dir die R genommen. Ich habe dir die R genommen. Oh mein Gott. Ich hasse das. Und hier spürt man mit One Pump. Was machst du lieber? One Pump oder Tag? One Pump. Pump ist meine... Lieblingshoffel Tag. Und meine dritte Lieblings-Würfe aufblasbare. Und vierte Komplett. Warte mal, äh, ich sag jetzt meine Lieblingshoffe. Meine Lieblingshoffe ist normale goldene Pump. Meine zweite Lieblingshoffe ist goldene Skull. Was sind deine Zweitlieblingshoffe? Ja, okay. Ähm, lass mal Klicks-Opfer, da können wir Tag spülen. Also Aufladbach ist meine Lieblings-Pump. Tag ist meine Zweitlieblings-Pump. Okay. Ähm, und da ist meine Lieblings-AR. Der, wo er jetzt gewinnt, ähm, ist der Beste. Bessere von uns, okay? Obwohl ich schon, ähm, führe. Der, der was baut sogar mit Brennen. So kann man sich... Äh, äh, er baut mich, er baut mich. Okay. Alles klar. Ja, weil ich mich so ja nicht gebaut habe, weil ich das nur in einem Kreis gebaut habe. Und das ist nett ein Video. Ich hoffe, es euch gefallen. Vergiss nicht, wenn ihr einen Klocke kommt. Und Liken. Euer Felix Gamer. Und so Leute. Ich finde, wir sind... Ja!